seltene einblicke so normal ist helene fischers privatleben helene fischer 39 gibt seltene einblicke in ihr privatleben seit 2004 ist der schlager star bereits im musikbusiness tätig und neun jahre später gelang ihr dann der große durchbruch mit atemlos durch die nacht auch wenn die sängerin in aller munde ist weiß man dennoch nur wenig über ihr privatleben jetzt verrät helene jedoch dass auch sie abseits der bühne ein völlig normales leben führt ich glaube viele können sich gar nicht vorstellen wie normal mein leben eigentlich ist äußert die 39 jährige im interview mit 20 minuten die musikerin plaudert aus dass auch sie zu hause mal selbst den putzlappen in die hand nimmt ich mache den haushalt koche bin für meine familie da fast die gebürtige russin zusammen mehr möchte der schlager star jedoch nicht über sein privatleben preisgeben könnte sich das in zukunft noch ändern ich schließe nichts kategorisch aus die welt verändert sich ich mich auch stellt helene klar dennoch sei sie bislang nicht bereit der öffentlichkeit mehr von sich und ihrer kleinen familie zu erzählen